hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Freedom Fighters in diesem Part wollen wir endlich mal etwas schaffen würde ich mal behaupten deswegen starten wir hier gleich mal die Session dort finden wir die Mörserkanonen der Roten wir können nicht weiter angreifen bevor wir die Kanonen nicht ausgeschaltet haben danach erst kann es weitergehen ok Unterzöne betreten ähm ähm also wir müssen ich bin dabei die Dinger da ausschalten die Dinger da ausschalten so was gibt's C4 nice daraus stehe ich ein Mörser weniger ein Mörser weniger ein Mörser weniger was ist hast du was gegen meine Anwesenheit oder was gibt's da nicht gibt's da nicht warte mal ich hab mal was probieren ein Mörser ein bisschen C4 platzieren ein Mörser ein Mörser ein Mörser Das hier wird helfen. Ja, da hast du recht. Das wird heilen. Jo. Oh, es geht mir schon wieder besser. Oh, der ist tot. Kontrolle. Gut. So, ein... Midi, noch ein Midi. Äh... Jetzt gehen wir hier vor und rum Nun, dann sind wir schon so gut die Fertig. Jo. Rückzug gehen wir. Los, schon auf dem Weg. Wir müssen einmal außen rum. Gut zu wissen. Meiner Service machen war das L. Eliminiert sie. So. Irgendein Granätchen. Oh. Ja, ich weiß. Ich weiß. Mann, sie gar nicht. Moment. Moment. Ja, wir könnten jetzt... Moment. Ein paar Granaten. Und noch eine Granate. Und noch eine Granate. Dann werfen wir uns Medipack ein. Nimm gleich wieder eins mit. Der Scheiß-Snipe-Porter. Moment. Ja, wir könnten jetzt gleich rum. Aber machen. Weil wir es von drauf haben. Weil wir es von drauf haben. dann ist... Das ist Führung. Tauschen. Ruhig. Lua Abne. war und ich bin nicht beschossen aber es ist nur So... Ehm... Wait damit! So... Wenn ihr nicht das wisst... Woll nicht rum! So... Da ist nix... Sag mal... Wir kriegen hier einen Orgasmus! Sie sind überall! Äh... hier geht's hoch und... Und da auch? So... Trifogger! C4... Ist mein bester Freund! C4... Ist mein bester Freund! Aber nur... C4... Ist dein Freund! Moment! Wie die Fliegen! Ey! Woll schon sagen! So... Hätten wir auch schon mal geschafft! Hätten wir auch schon mal geschafft! Das lief jetzt eigentlich recht schnell! Behaupte ich! Ich... Jeder andere hätte es sehr schneller hingekriegt! Von mir aus! Ich bin halt ein bisschen... freundlicher! Ich zeige euch viel vom Spiel! So... Wir gehen jetzt... Hier raus! Nochmal hier raus! Nochmal hier raus! Sieh auf Ihren Standort! Ja, Stüppeln müssen jetzt dahinter! Um da hochzukommen! Um da hochzukommen! So... Hier ist nix! Ja, ich weiß! Ich schieße! Weg hier! Weg hier! Weg hier! Oh Gott! Neugruppieren! Los! 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 Ich bin auf deiner Seite! Jo... Ey, kommst du schon mein Freund? Blei! Der ist neu! Der ist neu! Der ist neu hier in der Stadt! So... Wir werden beschossen! So... Wo müssen wir hin? Wir müssen... Hier geht's hin! Hier feiern wir unsere Party! Ich trinke einen Schluck jetzt! Railbases! Bitches! Hast du mir was zu sagen? Oh nein! Was sollen wir nur machen? Was sollen wir nur machen? Ich bin nicht gerne in der Verlierermann! Die Roten setzen von hier aus Truppen ein! Wir müssen ihre Helikopter... Okay... Ich bin... Ich bin auf deiner Seite! Ich bin auf deiner Seite! Ja, ich bin auf deiner Seite! Gut, wir müssen jetzt erstmal hier so... chillig... rumdappen! Hä? Hä? Wo denn? Ich bin auf der Seite! Ich bin auf der Seite! 15... 15... So... Da ist nichts mehr... Auch nicht... Komm... Müssen wir halt damit jetzt auskommen... 28 Schuss... 28 Schuss... Woah... Der... Fuck... ... ... ... ... So, what? Prozent Prozent die Mönchengel Prozent müssen mehr weil ich im Arsch boom hätte ich dir auch geraten wir müssen wir müssen noch ein stück achso ich tausche dir nicht meine gute Waffe verdammte Scheiße das Mädchen Molo sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut Irgendwie kommt mir dieser Landeplatz sehr bekannt vor. Aber naja. So. Oh, ich bin jetzt ans Mikrogeg. Um an den Generator zu kommen, müssen wir... Ich muss hier mal einen Midi-Pack holen. Ich muss mich selber eins gönnen. Geh mir deine Munition oder du stirbst. Ja, au, einem Weg hoch, hoch, hoch. Wartet mal, wartet mal. Na, wir müssen einmal rum, bitte. Wieso? Komm auch, geht auch schwer. Na, wir müssen nämlich jetzt einmal da hinten rein. So heißt, viel Erfolg, müssen wir uns jetzt wünschen. So. So. Wo schießt ihr denn, du Bastard, eigentlich? Wo ach ich jetzt? Ich kann mich ganz ehrlich. Ich kann mich nicht so gut stehen. Das heißt, ich bin schon nicht so gut. Ich kann ihn nicht so gut so gut machen. Ich weiß nicht. Und ich kann mich anders dem, ich weiß nicht so gut machen. Wenn ich mich nicht so gut machen, ich würde mich irgendwie so gut machen. da ist ich wollte es bekommen Waffe der Spruch ist wieder auch Waffenwechsel Edo Reuse Lass mal einen auf und lass mal was so hin Jetzt du von mir Ich hab Freunde, hast du welche? Nein! Wir sind schon mal in hier Das heißt, die müssen wir noch mal rüber Ja, da ist auch noch nicht Das heißt noch eins weiter Was passiert? Was passiert? Das ist aber schön, wenn du nicht, dass er mich rettet So, ich bin nämlich am Munitionsmaug So, haben wir hier Irgendwas besonderes Könnte sein Nee Gut, die sind hier schon mal Wäre falsch Wäre falsch Wäre sie nicht hier hin Hä? Äh, 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 äh Gena Gena Hier geht sie nicht rein Ich muss sagen, sie gut versteckt gelöst Wenn ihr Leben was wert ist Ach so ist es für ihn Ah, 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 ah War das schlecht Schießt mich nicht ab Ich reagiere aggressiv auf sowas So, Flagge hissen Flagge hissen Und dann wäre das ja auch schon wieder geschafft Wow Railbasis Boah Ob wir das heute durchkriegen? Wollen wir es doch mal hoffen Erstmal umschauen Habe ich das letzte Mal so ein bisschen fahrsäumt? Aber naja Okay E Fort Oh, meine Maus legt gerade Übernimm den sowjetischen TÜR Ja Das ist das letzte was wir machen müssen Ich bin dabei Okay, ich bin dabei Okay, ich bin dabei Das ist nochmal ein Plan Ja, das ist nochmal los jetzt So Das ist alles 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 Verpasst Ihnen einen Dämpfer Wir holen wir aus Ich muss mich jetzt hier einen geschickten Weg laufen Ich habe das Level nämlich schon mal das Spiel Das ist alles Oh, okay Ja Es ist eine Ingell Du Die 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 ist so er nämlich die volle Mannschaft was ging es eigentlich gerade mit der Maus ab die Spackbäckchen aber ich werde es mir reinlösen, das habe ich ihm nicht ruhig so normal gespielt habe ich immer vergessen Wunder schön Wunder schön so normal hätte ich es mich jetzt nicht auskühlen D mit der die Zierungen Mensch alles zu bieten Ich weiß. Ich tue schon wieder nur Scheiße rumlaufen und mach nix. Kennen wir aber mittlerweile. So, hier haben wir Munition für die Bude. Hier haben wir für das. Hier haben wir für... Okay. Okay. Hier haben wir ein paar Sniper-Wum mit. Ich kann dann gleich wieder, ne? Nur so. So, wie sieht's jetzt hier draußen aus? So, das ist... Eigentlich nicht richtig gut. So, hier haben wir nochmal welche. Headshot. So, jetzt muss ich ein Stück rüber. Oh, der ist schon weg. Oh. Hmm. Fuck you. Miss Kerl. Normal laufen? Schnell laufen. die man jetzt die halbe Arbeit für mich das bin ich aber auch nice weil umso weniger muss ich hier mich jetzt machen da habe ich jetzt hier die Chance mal Waffen zu wechseln und so ein Scheiß gut hier haben wir die hier das heißt wir machen eh hier und Kopenhauer das heute schaffen ich will dass ich mich jetzt durchkriegen endlich dieses Spiel ja Scheiße finde ich jetzt nicht aber ich möchte Erfolg zu leben damit wird das Spiel schon mal fertig die Munition die herumfliegt what der hierher zurück los doch oh ja oh yeah bitte jetzt wird kaum Durchschlag aber ja ich fühle mich schon viel besser danke gut wie war das erstmal müssen wir hier rein das heißt hier hoch ja ich stehe ich stehe weg damit weg damit mit das dreck das dreck müssen wir hier einmal hier unten rum beutelschuss beutelschuss ach so typ mit bisschen Munition ich hab alle erfassen mehr als was ich brauche so irgendwo hier so ich betone das r so hier Wodka Wodka Putin oder was wie war das ich bin voll Fail jetzt ich gehe jetzt einfach mal hier durch kann nicht schaden so so theoretisch mischten wir jetzt hier irgendwohin aus hier unten Theorie halber Wollen wir jetzt mal ein bisschen was anregen so hier ist alles weg hier ist auch alles weg hier ist auch alles weg so nämlich genau oh ja hier mach das ich mach das ich befreit und ich weiß sie nicht ich will jetzt nicht spoilern aber ja tada gut gemacht chris und jetzt ich mache ich geil so jetzt muss ich hier noch dazu das Wollen die zu hier er macht das in der Zeit mach ich das sind es nur noch drei. Gut. Jetzt müssen wir in Erinnerung hier runter. Das ist spannend. Hier rüber. Typ, komm her. Ja, Spacken. Erkunde ab, wo die Truppe. Falsche Richtung. Ähm... Ja, genau hier war es. Ah, Schuss. Gut, Wodka, Wodka, Pust, jetzt geht's in die Spitze rein. Ja, komm, du hast, du hast, ich hab gehört, du hast Munition. Auch nicht. Nicht, ich, ich. Geh nach Hause, elender Kommodist. So, und wir nehmen mich jetzt... Habe ich hier mich was mal gepeilt? Das ist mir nämlich immer aufgefallen. Wenn wir jetzt hier sind, können wir nämlich hier runtergehen. Diesen Weg müsst ihr euch merken. Auch wenn ich jetzt am Anfang ein bisschen gefailt hab. Das gehört dazu. Willst du es sonst machen? Rushen wollen wir jetzt zum Ende machen. Das ist zu spannend. Das ist das für die Elender Bastard. So, hier haben wir mal Miggis. Hier haben wir mal dies. Toll, alles ist nur nicht das, was ich brauche. Wie war das? Muss jetzt runter? Ich brauche mal. Ich geh mal mal runter. Gar nicht schuldig. Bis durch. Gebt mir lieber eure Muni. Oh oh. So. Jetzt haben wir hier unsere Party veranstaltet. Jetzt können wir... Die Theorie sagt das so. Hier hoch. Einmal rechts. Links, rechts. Schnapp sie dir. Ja. Verpasst ihn in einem Denk. Munition, Munition. Munition, Munition. Ey, wehe, ich sterbe jetzt. Hm, das war's wohl schon. Ist ja langweilig. Das ist voll low. Abzug. Los, 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 los. Der kommt so rein. Sieht auf ihren Standort. Dann geht nicht vor. schon. Und wir fahren. Etщuldigung, das ist die Game. Fuck you, ey. Gebe mir deine Munition, ey. Ich äh dich. Ehe es ist und nur noch eine Flagge wenn ich das in HB wenn ich dass sie mich jetzt richtig wir haben nicht gehört es ist nicht drin ist sie die wir lernen die letzte letzten Minuten die Geilu, Geilu, Geilu. Geilu, Geilu, Geilu. Ich mach ihn noch so fertig. Die letzte Flagge. Und... Wir haben das Spiel geschafft. Ich wünsche euch jetzt mega mäßig Spaß mit dem Abspann. Bis dahin. Tschüss. Ich bin raus. Hab Fun. Obwohl ich werde noch im Entspann ein bisschen kommentieren. Auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Hey, Chris. Ich hab dich schon überall gesucht. Was ist los? Warum feierst du nicht mit mir und den ganzen anderen? Was gibt's schon zu feiern? Die werden zurückkommen mit größeren Kanonen und mehr Soldaten. Ich weiß, was du meinst. Aber du hast aus Überzeugung gekämpft. Gekämpft für die Freiheit. Und gesiegt, Chris. Wir haben gesiegt. Trotzdem. Heute Morgen wachen die Kinder in den Trümmern von New York auf. Und ich bin schuld. Nein, bist du nicht. Das ist unser Land. Du hast uns erinnert, was an ihm so toll ist. Es ist schwer zu definieren, aber... Wenn es einmal nicht mehr da ist, dann weißt du genau, was es heißt. Es heißt verlieren. Und ich will dich nicht verlieren. Du... Du gehst jetzt besser. Das klingt fast so, als würdest du deine Meinung ändern. Und deshalb solltest du gehen. Hey Leute, ihr verpasst noch die Party. Na nun, störe ich euch vielleicht. Hey, wenn ihr jetzt Knutschen und Liebesbriefe in den Sand schreiben wollt, während ich auf das Kind aufpasse, habt ihr euch geschnitten. Nö, ich wollte nur... Ach Mann. Und ich soll dann am Ende allein dastehen wie ein Idiot. Nix da. Ich meine, ich bin wie die anderen auch. Ich habe auch Träume. Ich will dasselbe wie alle anderen. Das heißt, naja, ach, vergesse es. Es gibt wohl irgendwo für jeden Topf einen Deckel. Manchmal verliert man eben nur alles andere während der Suche danach. So Leute, da bin ich auch schon wieder. Ich habe sicher versprochen, ich werde im Endspann ein bisschen was erzielen. Danke an das Sounddesign, an die Projektkoordination, an das Management, an das System, an den Support. Und erst nicht, äh, herzlichen Dank. Dann die Tester. Also, die Tester müssen ja wirklich gut gewesen sein. Es sind sehr viele. Ich kann sie jetzt nicht alle aufziehen. Hier haben wir die ganze Musik, wie ihr sie sehen könnt. Geile Songs dabei. Meine wären es jetzt nicht. Ich bin ja mehr für Dubstep und so'n Scheiß. Die Royal Boys Production. Ich habe sie jetzt eh falsch ausgesprochen. So viele Leute wieder mitgemacht haben, dass es einfach unvorstellbar war. Ich weiß, ich tue euch jetzt den Abspann ein bisschen vermiesen damit, aber ich muss einfach zu die Studio-Operationen, das Package-Project-Management, das Mass-Mastering, und was es da nicht alles gibt. Die German Lokalisierung, die Übersetzung, die Koordination, die Lokalisierungstests, wow, das gebe ich nicht mehr, den Production-Service, die Dokumentation, das Dokumentations-Layout, ich laber so viel Scheiße. Aber ich muss sagen, für den letzten Part habe ich mir das extra aufgehoben. Ich habe so viel geranged in dem Spiel. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie oft ich das gemacht habe und mir gedacht habe, ach komm, scheiß drauf. Und ich würde auch sagen, also ich muss wirklich sagen, von meiner Seite her, ich habe mir ja wirklich vorgenommen, in diesem Let's Play nicht sehr viel zu recken. Und ich glaube, ich habe es auch durchgehalten. Auch wenn es nicht jedem gefallen wird, aber... Boah, das waren jetzt viele Namen. Die Technik, Combo-Libbe, Management, der Blabla, ich kann das alles nicht aussprechen. Sorry, Leute. Ich würde sagen, das war es dann jetzt auch schon vom Abspann, oder? Da sind wir auch wieder zurück im Hauptmenü, wie man sehen kann. Und an dieser Stelle, wie ich auch schon vorher gesagt habe, vor dem Abspann, verabschiede ich mich recht herzlich von euch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und bis dann. Bis dann.